Musik Wir haben uns danach gesehnt, dass die großen Filme endlich wieder auf die große Leinwand ins Kino kommen und jetzt ist es soweit. Unter anderem auch die Geschichte meiner Frau von Star-Regisseurin Ildigu N'Yedi, die nicht nur mit einem goldenen Bären, sondern auch in Cannes ausgezeichnet wurde und sie ist sogar Oscar-nominiert. Eine turbulente Liebesbeziehung zwischen einem niederländischen Schiffskapitän und einer unnahbaren Französin in den aufregenden Zeiten der 1920er. Die Geschichte ist eine Romanvorlage. Zum ersten Mal inszeniert Ildigu N'Yedi keine selbstgeschriebene Handlung. Für den Film verpflichtete sie unter anderem Bond-Beauty Lea Seydoux. Mit 14 habe ich den Roman zum ersten Mal gelesen und er hat mich gefesselt. Ich habe lange daran denken müssen. Ich habe beschlossen, einmal in meinem Leben eine Ausnahme zu machen und ein Buch zu verfilmen und keine Geschichte, die ich selbst geschrieben habe. Ich schreibe ein Skript nicht von meiner Idee, sondern von diesem Buch. Wie wichtig, Sie wissen das ja auch als Regisseur, als Autor, auch als Schauspieler, sich über die eigenen Grenzen zu wagen, was Neues auszuprobieren, wie Sie es eben getan hat. Ja, ich glaube, es ist immer so ein Kampf, dass man sich weiterentwickelt, aber gleichzeitig nichts macht, was so weit weg von einem ist, dass man scheitert. Das ist immer so die schwierige Gratwanderung. Ich stelle mir vor, ich wäre schon tot. Aber bevor ich sterbe, lebe ich noch ein letztes Mal auf und laufe davon. Ich will heiraten, habe ich beschlossen. Hast du keine Angst? Ich könnte zum Beispiel die erste Frau heiraten, die zur Tür hereinkommt. Ich bin sehr glücklich, hier in Wien zu stehen, neben Josef Hader. Er ist die Würze des Films. Er zieht uns für kurze Zeit raus aus den ehelichen Konflikten und den Eifersuchtszenen. Mit ein bisschen Humor, ein bisschen Absurdität weist er darauf hin, dass sich auch etwas darunter verbirgt. Es ist großartig, dass er die Rolle angenommen hat. Bei kurzen Auftreten braucht man einen Schauspieler, der eine starke, bedeutungsvolle Präsenz hat. Was hat sie in dieser Rolle angesprungen? Erstens, wir kennen uns von der Berlinale und ich liebe ihren Film, mit dem sie die Berlinale gewonnen hat, wie im Wettbewerb war, Sir Guna, und sehr berechtigt. Und ich habe den Film wahnsinnig gemocht. Und wir haben uns dann auf einem Filmfestival, auf einem kleinen Filmfestival näher kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, sie hätte eine kleine, aber wichtige Rolle in ihrem neuen Film. Und ich habe gesagt, wenn es irgendwie geht, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe das, dann mache ich es gern. Irgendwie schwieriger, weil man hat nicht so viele Szenen und man möchte dann doch das Wesentliche dieser Figur irgendwie in diesen wenigen Szenen hinkriegen. Es war eine neue Herausforderung. Ich spiele selten kleine Rollen und es ist nicht so einfach. Kritiker loben übrigens die Darstellung der 20er Jahre, ohne zu viel Kitsch, ohne Stereotypen und ohne zu viel Nostalgie. Es ist immer so, dass das Kostüm großen Einfluss hat auf die Rolle. In dem Moment, wo man was anhört aus einer anderen Zeit, geht es einem leichter damit und man weiß leichter, wie man sich bewegen soll. Und was ich bei dem Film aber toll finde, ist, dass es nicht so ein absolutes Kostümfest ist, ein Kostümball, wo man das Gefühl hat, man wird eher distanziert von der Geschichte, weil der so definitiv mit Rufzeichen in einer anderen Zeit spielt, sondern was ich so schön finde an dem Film ist, dass er durchlässig bleibt und dass er so heutig daherkommt. Stell dir vor, ich habe jemanden kennengelernt. Er hat blaue Augen, breite Schultern. Er hat dieses gewisse Etwas. Endlich habe ich die Chance, den alten Seebären kennenzulernen. Ich habe nicht mehr von einem Seebären, wie sie von einer Wanderratte. Du magst ihn nicht, richtig? Du willst, dass ich deinen Verehrer mag? Du bist völlig verrückt. Ich würde einfach gern wissen, was sie den ganzen Tag tut. Und sie wollen es wirklich wissen? Manchmal weiß man es besser nicht. Die Geschichte würde heutzutage so nicht funktionieren, aber sie spricht die heutige Zeit an. Ich wollte ohne Nostalgie auskommen, damit man nicht die Differenzen der damaligen und der heutigen Menschen erkennt. Denn sie waren damals wie heute unperfekte Menschen. Ihre Geschichte ist zeitlos. Ich bleibe bei dir. Gut, wenn du meinst. Du kommst. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.